Die Küsse Als sich aus Eigennutz Elisse dem muntern Corridon ergab, nahm sich für einen ihrer Küsse ihm anfangs dreißig Schafe ab. Am anderen Tag erschien die Stunde, dass er den Tausch viel besser traf. Sein Mund gewann von ihrem Munde schon dreißig Küsse für ein Schaf. Der dritte Tag war zu beneiden. Da gab die milde Schäferin um einen neuen Kuss mit Freuden ihm alle Schafe wieder hin. Allein am vierten ging's betrübter, indem sie Herd und Hund verhieß, für einen Kuss, den ihr Geliebter umsonst an Doris überließ. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020